Hey Leute und willkommen zurück Jo, Back to Killing Ja, Back to Killing Floor Oh Gott, ey Die fliegen bestimmt irgendwo Ach, der Typ hat dich vorhin umgebracht, der Typ mit der Shotgun von hinten wahrscheinlich Die Shotgun kann nämlich one-hitten aber nur aus nächster Nähe, deswegen sind die Shotgun-Typen gefährlich finde ich Das ist aber besonders toll, wenn man die Viecher mit der Shotgun bearbeiten möchte und dann ganz nah rangeht und dann selber vorher getötet wird Und ich kann mich hier nicht bewegen wie dieser beschissenen Kiste Und der wirft eine Granate, hast du sie noch alle? Und da ist noch einer, wo kommt ihr denn alle her? Der ist vielleicht einfach nur um die Säule rumgelaufen Nein, hier ist ja der zweite Und da waren noch zwei Und wo ist der andere jetzt? Ja, was weiß ich Ja, siehst du, der ist doch um die Säule rumgelaufen, der eine Nein, ich habe ja irgendwie zwei umge... Oh, da ist noch einer Ja, komm, Shotgun Ja, da zückt er, da lässt er seine Waffe fallen und zückt zwei Messer Und der gut ausgestattet, die vier hier Was finde ich... Hast du schon den Dark-Up-Angriff mit dem Teil gezeigt? Ich kriege das ja bei der Bildschirmübertragung nicht hin Hier Finde ich ziemlich cool gemacht mit der Shotgun, den Dark-Up-Angriff Ja Wollte ich nur mal so ergedeckt haben Alter, warum sind diese Viecher überall? Ich weiß es nicht Vor allem, wo... Die spawnen ja einfach so da irgendwo Warum wirft er eine Granate und schießt sich damit selber in die Luft? Dieses Spiel ist so krank Ja, wir spielen, glaube ich, auf leicht Ganz ehrlich, der wirft eine Granate gegen das Geländer Ich kriege keinen Schaden, der verreckt Ist doch super Ich meine, das ist auch gegen die Gerechtigkeit Ich meine, sowas habe ich doch auch schon gemacht Oh, das ist sehr sinnvoll Das ist ja normalerweise so eine Kommando-Aktion, die man jetzt alleine durchführt Wow, hier ist voll viel Oh, das ist vollkommen zerstört Wie konnten sie so schnell so großen Schaden anrichten? Die Geschütztürmer sind aktiv Wenigstens... Zwei auf einmal Buh, bitch! Boah, Skills, Alter Ja, der hat bei mir geschickt Der hat bei mir gedacht Hey, kriege ich Schade, wenn ich ins Feuer renne? Nein Hey, wo kommen die Klonsoldaten her? Äh, das sind vielleicht die hier stationierten Klonsoldaten Nein, das kann nicht sein Vermute schon Über die ist ein Autogeschütz Ja, aber das freut mich Wow, super Autogeschütz? Siehst du einem selber gehören? Oh, da ist die Konsole dafür Ich will den Typen umbringen Ah, ein Deluxe-Modell Bist du her, um uns mit deiner überlegenen Ausbildung zu retten? Irgendwas Ich brenne gerade Moment Handgranate, sag ich schon Ähm Da haben die Viecher jetzt einfach die Konsole gehackt Bewegen Die Autogeschütz war nicht sonst platt Und zwar richtig schnell Jetzt bricht die Konsole glaube ich nix mehr Doch ich stand nur auf der Verschützseite Ja, aber du hast ja jetzt die ganze Autogeschütze kaputt gemacht Ja, das ist mir scheißegal Ne, weiter vorne waren noch zwei Weiter vorne waren noch zwei Außerdem geht das hier ums Prinzip Okay Das ist ein Moment Übrigens, diese orange Dinger, die da rumstehen, sind explosiv Nein Natürlich sind die explosiv Die kennen wir doch schon aus Gehirn und Hosen Ich weiß, weil guck dir das an Jetzt Aber wenn du mit Wenn du einsch- Hier Sieht nichts Ja, die brauchen was länger zu erzählen, das ist zu richtig Aber wenn, wenn da so ein Trando neben steht Jetzt zum Beispiel Ja, explodier doch mal Ah, ich benutze die Person auch so gerne, ey, die ist echt toll In so einem Spiel hier Ey, meine, ich bleib stehen und schieß einfach, Taktik hat geklappt zum ersten Mal Ah, klar Wo willst du denn hin? Hey, da liegen Lenngranaten Ey, ganz ehrlich Das Team hat sich aufgeteilt, um diese Kerne zu finden Und jetzt musst du trotzdem jeden einzelnen Kern abpassen Ist richtig sinnlos irgendwie Alle tot Ich hab es hier an Umgebracht Na, okay Was haben wir hier? Ach, immer noch Hm? Nenn mich Paranoid Aber ich find's ein bisschen nervig, wenn man neben diesen Geschütz Äh, neben diesen explosiven Fallen rumrennt Äh, glaub ich, die Stelle, die du grad spielst, kenne ich Und ich glaube, da kommt gleich noch was richtig Widerliches Hm, nun mal so als kleine Vorwarnung Bin aber nicht sicher, kann auch sein, dass Aber weißt du was? Was? Wenigstens ist die Musik episch Deltas, feiert auf die Bieste mit den Messern Deltas, feiert auf die Bieste mit den Messern Hier ist niemand Nehmen wir den Shotgun Der Autogeschütze, Autogeschütze, Autogeschütze Nicht mit der Shotgun Das zweite Geschütze ist inaktiv Das Ding könnte mir doch Rückendeckung geben Nutz einfach deine, äh, DC-17 Genau Ich hab kaum noch Muniz schon Oh, ich bin... Oh, ich bin... ...musst sein... ...würdig ist es nicht so schlecht, wenn du kommst noch Ding zu hast Vielleicht sollst du dich erst noch mal somit umschauen, von irgendeiner Konsole an fast zu spät und wenn jetzt die Viecher wiederkommen und du keine Munition mehr hat na los hier fettnäßlichen Vierfax kommt und holt mich auf das Kondi stell mich mal da oben vielleicht kommen wir auch erst in diese Kontrolle benutzt ich höre sie das Ziel okay wahrscheinlich noch besser war ich schießt dich auch mit einem Schuss weil ich mich nicht um die Kugel das stand direkt mit Assi neben mir Hau besser ab das Schottgang-Typen wenn die Zune an dich ran kommen und mit der Schottgang schießen dann ist das echt blöd nimm selber die Schottgang wenn du schon so nah dran bist das ist nicht die Schottgang-Typen auch auf die Schöne habe ich schon erzählt dass ich die Helme von den Typen cool finde ich finde die passen voll zu denen hässlich ja ja irgendwie passen die zu den Viechern finde ich ja ja nur diese Schöne sind dann ungemacht Alter ganz ehrlich wenn ich in diesem wenn ich in dieser Klonrussung stecken würde auf dieser Scheiß Mission dann würde ich ja voll paranoid werden ich sag ja allein schon weil diese Messerviecher so blöd aussehen da kriegst du Angstzustände ne ja das ist schon irgendwie scary gut dann gehen wir mal weiter das heißt falls mich jemand hört ich rücke zum Treffpunkt vor ich rücke zur Bacta-Station vor ich finde es immer so geil ja da wo Bacta da wo man es da nicht braucht sind dann immer zwei Bacta-Stationen Jo ohooo Fertig gut dann lese ich mal ja please Rettung des Diebs kein Plan übersteht jemals den ersten Feindkontakt für das Delta Team schlägt die härteste Stunde getrennt und verwundet müssen sich Teammitglieder finden und einen Gegenangriff führen oder an Bord des Geisterschiffes sterben DUM 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 ja und wie es hier weiter geht seht ihr dann so im nächsten Mal bei Kauri oh ja da freue ich mich schon drauf ich darf veranreden Messerviecher abmeucheln ja ich bin aber wir kriegen unser Team wieder, hoffentlich ist es gut ja also mit dem Team sind die Viecher dann ja nicht so schlimm naja ok gut ja da es schon so spät ist würde ich einfach sagen wir verabschieden uns oder ja wir verabschieden uns und ja hoffe es hat euch gefallen und so weiter wenn es euch gefallen hat dann wäre keine Ahnung Abonnet Kommentar ist immer super und Like Like